So Hallöle Willkommen im nächsten Part von Godzilla an... Alter, jetzt habe ich ein bisschen Schock gehabt Willkommen im nächsten Part von Godzilla an die 100% mit mir dem QP-Pilo Und... Let's go! Mir fällt grad ein dass ich bei meinem äh 2 of 4 Parts, ich glaube die letzten 3 oder so, vergessen habe das Spiel unten in der Videobeschreibung zu stecken Ich glaube, das mache ich später Wir haben jetzt die Triple Map und das ist wieder dieselbe von vorher also wie bei den anderen Eigentlich sollte eine andere Map kommen oder so, aber... Leider ist das nicht so Und büff! Super, jetzt habe ich alle gekillt Aber ich sag mal so Die nächste Map muss zu 100% eine andere Map sein Ansonsten raste ich aus Dann werde ich so wütend, dass ich meine Arme verschränke und dann böse gucke Boah ey, dann werde ich aber mal richtig aggro Das kann nicht sein, dass sowas passiert Ich will eine andere Map Und weh, das gibt es nicht Dann werde ich alle verklagen Alle Zufallsgeneratoren von diesem Spiel Guck mal, ich schlag! Eigentlich müsse der schon kaputt sein Aber der lebt immer Scheiße! Let's go! Ich muss hier ein bisschen schlagen Ja, genau das wollte ich sagen Habe ich jetzt beide getroffen Oder habe ich jetzt irgendwie was falsch gemacht? Ich glaube, ich habe was falsch gemacht, weil die Weil es nur ein 3er Kombo ist und wir schon bei 6 Dingern ja waren Oder nicht? Ja, das war auch eine Kombo! Ich muss doch nicht die Kombo machen, wie da steht, ey, unfair! Das würde ich nicht Du dummes, fettes Arschgesicht Ich weiß nicht wieso, aber jetzt Legt das bitte! Wenn im nächsten Part Oben links wieder der Bildschirm komplett stehen bleibt Dann bin ich komplett irritiert, ey Dann glaube ich, muss ich ein Gameboy ausmachen Und wieder an Ja, so muss es dann sein Und dann funktioniert es wahrscheinlich wieder Oh, 7 Kombo's und keine Belohnung Dankeschön, ihr verdammten Arschgeigen Hör auf damit, ich schrei dich an, weil du immer so rumbrillst Down! Ja, jetzt kommen die riesigen Pass auf, da, da sind sie, ich wusste es, da kommen sie Die tun hier, tun, 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 tun Ja, die tun hier schon wieder die Atompumpen runter schieben Bäm! Ich finde den Strahl von Batra richtig geil Batra gab es auch nur einmal in einem Godzilla-Film Also, mir fällt nur ein Film ein, wo der halt da war Bravo, Godzilla, das ist Mofra und da kam Batra da noch mal Und ich fand der Batra viel besser als Mofra Und finde es immer noch Und der weiße Balken ist wieder da Ist das nicht schön? Da sieht man wieder, zum Glück bin ich oben Und BÜFF! Jetzt hab ich Getschi gedownedet! Ey, du warst mitten im Strahl! Dämliche Sau Alter, alle! Warum eigentlich? Wieso kommt dieser weiße, blöde Bug? Ich glaube mal Wenn ich jetzt einen Whitescreen mache Hehehe Ja, machen wir mal Mal gucken, was passiert Ich mach bestimmt einen Whitescreen Mal gucken, was dann da für ein Video im Hintergrund läuft Oder was da sein soll Ey, ja, das könnte ich mal machen, ausprobieren Dann mach ich mal Also falls ihr nichts seht, dann hab ich's nicht gemacht Aber falls ihr es seht, hab ich's gemacht Alter, ich bin nach oben gegangen Aua Du dummer Aua Du dummer Dummer Sack Jetzt komm nach oben Du dummes Sau Ich mach dich kalt Wauwauwauwau Alter, ich kotze ab, wenn der das nochmal macht Ach ja, ich hätte mal den Special Move machen können Mach ich gleich, wenn er da ist Und zwar erstmal das Einer treffen Und jetzt kriegt ihn das Ich hab nur einmal getroffen, hab ich gesehen Aua Ja, ich schlag ihn so Alter, guck mal wie viel das Schaden macht Aua Geil Guckt den Schaden euch an Ich mach ihn einfach down Die dumme Dummesau Ich mach den down, indem ich einfach auf den rum spring Scheiße Ich glaub der kommt jetzt nochmal geflogen wie ein Idiot, oder? Ja, das ist auch nicht Los, ich mach die Staun 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 Ich bin hier unten schalte Komm mal runter, ich mach ein Brrr, brrr AH Aua Agirus das sah gut aus Der hat mich getroffen, Scheiße E Gebrau Ich weiß auch nicht warum die schön zu reden Das merkt jetzt als dass sie reden megastrahl gibt es nicht dafür schlag ich dir ins gesicht also dieses lied das habe ich gerade das richtigen ohrbom ich brauche neues lied alles klar die abo er hat das gemacht er hätte das nicht machen dürfen komplette d abo kanal sperren und nie wieder zu tun das soll jetzt eine anziehung 8 vergessen ich glaube ich verstehe was ich damit jetzt vermitteln wollte oder ihr habt verstanden nur ich hab's mir doch nicht verstanden obwohl ich es gesagt habe ich ist nicht verstanden das kann ich mir nur so vorstellen mach ihn dauern so gut gemacht da unten sind wir hier ne alter 5 wird dauernd gekriegt ich wollte eigentlich ein kühnes Ding also ich weiß ja eh wann das Monzo kommt wenn wieder so weiße Scheiße kommt ach ja 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 er ist jetzt da und das ist so toll ich mehr hau ihn einfach so eigentlich finde ich das Prinzip von den Schwierigkeiten ich brauche nur mich links rechts zu bewegen ich brauche nur ein paar Kompos zu machen um Kristalle zu zerstören und mache Megastrahle um die ganzen Dinger zu machen und dann die Monster zu besiegen ist auch ganz gut solche Spiele sonst immer zu heben wenig Arbeit aber dafür immer gewinnen leider gibt es zu wenig davon ja so ist das auch ich bin auch am überlegen was kann man denn so was kann man denn so alles noch machen ich könnte ja sehr viele Projekte machen aber dann würde ich die gar nicht fertig bekommen aber man hat dann viele verschiedene Projekte auf dem Kanal aber man würde meine Projekte nicht fertig bekommen also ich würde die Projekte nicht fertig bekommen in der Zeit die ich eigentlich haben wollte oder so keine Ahnung könntest du bitte sagen was ich drücken soll S 16 ja wir haben es geschafft Juhu erstmal das und einmal runter um die auszulöpfen ich freue mich schon wenn ich einfach schieten kann das wird so wunderschön das ist jedoch schon längst und warum leckt die Scheiße ich gehe nach unten da ist nicht so schlimm ey der will wieder Stress gedauntet der Loser und ich hoffe ich wünsche mir dass wir kleine andere Maps sehen zwar sehen wir die Map dann erst nächsten Part aber ich will unbedingt dass die Map wir brauchen neue Monster ich weiß doch gerade wo ahhhhhhh Scheiße jetzt kommt Manda ja den wir schon mal bekämpfen äh den sie bekämpfen wo ist das Monster ich sehe hier nichts ich sehe hier gar nichts ey von den Bereichen Scheiß und 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 ich glaube ich sterbe ich glaube ich sterbe oder auch nicht wir haben das Level geschafft Atlantis erhielt erhebt sich aus der Tiefe und ich frage mich nur warum das ist doch nicht toll guten Tag ich bin angirös habt ihr mich gehört ich heiße angirös hört ihr zu Leute ich mache euch alle kalt so jetzt habe ich alle umgebracht und schon toll hier wahrscheinlich auch und und ich hoffe ich habe ich habe das auch wirklich raus nicht dass ich jetzt das gegene reingemacht habe ach egal ich glaube das mache ich so wie ich mir vorstelle ja leben das hätte ich gerne gehabt in rot nicht grün rot rot ist immer schön ich habe auch nur drei nachdem ja ich wollte eigentlich Optionen gucken ob man da irgendwie schwer und leicht einstellen kann auch ich glaube eher nicht obwohl es schon easy was soll da denn was passiert wenn es schwer ist da passiert ja eigentlich auch gar nichts hallo tschüss also habt ihr gesehen wie ich den gedownet habe so ich mache jetzt einfach ein paar mega strahle und down sind sie und auf wiedersehen ihr seid es down dünne schweine kauf und und tralalala also die Wochen die Tage die Monate die gehen einfach viel zu schnell rum wir haben schon 12.2 und ich habe letztlich von oktober bis jetzt ununterbrochen gebracht außer einen einzigen Tag da habe ich ne doch ne doch ne einen Tag habe ich nichts gebracht einen einzigen Tag hatte ich nichts gebracht weil ich habe vergessen zu rendern und ich hatte dann keine Lust gehabt da wollte ich lieber schlafen und deswegen kam an diesem einen Tag nichts aber das ist sowieso niemandem aufgefallen weil mich ja keine Sau guckt also mich gucken schon Leute aber nur zwei ich hoffe zwei aber gut weise scheiße jetzt kommt aber kommt jetzt endlich hier dieser Kampf gegen man da doch doch ich sehe schon ich gehe nach unten also jetzt schreit er mich schon wieder an hör doch einfach auf rum zu schreien jetzt hat er mich noch getroffen ne püff 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 ne ne eigentlich ist man da sehr klein ich weiß nicht warum er hier so groß ist aber jetzt schlag ich dich zusammen ey ich schlag dich so wack von zusammen ja yeah bayblade ja sie haben das boot diese monster sind eine bedrohung doktor sind sie soweit beinahe nur noch ein kleines stück g g eine neue map ja oh biolante greift paris an und endlich ist die neue map zu sehen ich dachte schon es kommt nicht erstmal pause hu ich kann dann sagen outruh da wisst ihr schon mal was im nächsten part passiert recht ist der letzte part unten kanäle bla 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 rgpilo tschüss wir sehen uns beim nächsten mal